Vor dem für Donnerstag anberaumten Gipfeltreffen der EU-Staats- und Regierungschefs haben sich Landwirte zu Protesten in Brüssel versammelt. Sie fordern unter anderem bessere Preise für ihre Produkte und weniger Bürokratie. Vor dem Europäischen Parlament blockierten sie Straßen und entzündeten Feuer. Im Vorfeld des Gipfels hatte die EU-Kommission Vorschläge zur Begrenzung von Agrarimporten aus der Ukraine und zur Lockerung einiger Umweltvorschriften gemacht. Auch in Frankreich gingen die Proteste von Landwirten weiter. Dort riegelte die Polizei am Mittwoch den Großmarkt von Paris ab. Er war zu einem symbolischen Ziel für verärgerte Bauern geworden, von denen viele mit ihren Traktoren hunderte von Kilometern zurückgelegt hatten, um dort zu demonstrieren. Spanische und italienische Landwirte kündigten an, sich der Protestbewegung anzuschließen, die auch weitere Länder in der EU erfasst hat.